Was ist die Umfrage von Great Place to Work? Die Mitarbeiter helfen sich gegenseitig die Pfade aufzumachen, wo welches Wissen ist, führen sich gegenseitig in die Projekte ein und so ist das eigentlich unser wertvollster Schatz, die Kollegialität und der Zusammenhalt in der Belegschaft. Wir arbeiten für eine Vielzahl von Branchen. Wenn sich also ein Entwickler oder ein IT-Berater für eine Branche interessiert, dann kann er sich bei uns für diese Branche entscheiden, aber er ist nicht auf eine spezielle Firma, auf ein spezielles DAX-Unternehmen fixiert. Er kann die Wettbewerber kennenlernen und damit die Vielzahl und die Vielfalt an IT-Projekten, an technologischen Ansätzen und an Vorgehensweisen kennenlernen. Wir wachsen schnell und das kontinuierlich seit mehr als 30 Jahren. Das heißt, bei uns bewegt sich immer etwas. Insofern ergeben sich daraus für die Mitarbeiter vielfältige Möglichkeiten, sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Entweder fachlich oder aber auch in Bezug auf Vorgehensweisen, auf Führungskompetenzen, auf soziale Skills, auf Soft Skills, wie man so schön sagt. Bei uns ist immer etwas im Fluss und so wird es nie langweilig und bleibt immer spannend. Wir haben außerdem eine ausgeprägte Feierkultur. Wir feiern die Projekterfolge und wir feiern eigentlich überhaupt. Also auch den Jahresanfang oder den Sommer oder Weihnachten, wo dann die Führungskräfte, die Mitarbeiter mit Glühwein und Stollen bedienen. Und am Anfang des Jahres haben wir die Kick-Off-Veranstaltung. Da gelingt es uns, alle Mitarbeiter des Unternehmens in einem Raum zusammenzuholen. Und dort können die Mitarbeiter die Ziele und die Visionen und die Ergebnisse direkt aus dem Mund des Vorstandsvorsitzenden und des Inhabers hören. Insgesamt vereinen wir also die Vorteile eines großen Unternehmens mit einem mittelständischen Betrieb. Mit mehr als 4.500 Mitarbeitern bezeichnen wir uns somit als großen Mittelständler. Ein Unternehmen mit einem hohen Reifegrad und immer noch einer direkten Nähe zum Geschäft.